Hallo und Willkommen zu einem weiteren Video von hearthab.io. Heute zeige ich euch mal wie ihr die Bilder pro Sekunde in eurem Spiel halt hoch stellen könnt. Dafür geht ihr einfach hier auf Game Settings Properties. Hier könnt ihr natürlich wie groß euer Bild ist einstellen. Hier könnt ihr ja den Package Name einstellen und so das kennt ihr ja alles. Hier Game Name und hier steht Minimum FPS. Liegt meistens bei 20, das würde ich auch so lassen, aber Maximum FPS würde ich jetzt auf 144 FPS stellen, weil, ja, oder auf 0, aber ich stelle es auf 144. 144, weil mein Monitor hat 144 Hz, also 144 FPS und wenn ich Spiele mache, dann wäre das perfekt auf meinem Monitor. Aber die meisten Handys haben zurzeit noch die meisten, wo so Spiele downloaden und so, 60 Hz, also 60 FPS. Aber es gibt schon neue Handys, die auch 144 oder 120 Hz könnten und dann kann man das auf jeden Fall immer richtig einstellen. Oder ihr macht wirklich auf 0, dann ist es unbegrenzt. Aber wenn man das auf 144 lässt oder auf der Frame Rate, wo der Monitor läuft, dann gibt es auf keinen Fall Wackler oder so. Ja. Genau. Ja, dann könnt ihr das auf jeden Fall auch ausprobieren in dem Spiel. Das war jetzt ein anderes Tutorial, da sieht man, das ist nicht so genau. Aber ja. Genau. Ja. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.